Musik Mir ist schlagartig bewusst geworden, der Westen ist am Ende, ja? Der Westen ist am Ende, ja? Ich geb dem Ganzen hier noch maximal 20, 30 Jahre, dann ist es vorbei, ja? Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Es gibt keinen Anstand mehr in unseren Industrienationen. Wer anständig ist, verliert. Und in den Büros wird nach unten getreten und gemobbt und die Leute werden kaputt gemacht. Das ist der Besten. Die Betrüger und Lügner, die kommen ganz nach oben. Die niedersten Schweine sitzen ganz oben. Die Betrüger und Lügner sind sehr gut. Die Betrüger und Lügner sind sehr gut. Das ist der Besten. SIG DAK Europa ist am Ende SIG DAK Der Westen ist am Ende SIG DAK Moral, Ethik Das ist alles, äh, da gehst du unter In unserer Gesellschaft, ja? Du musst dich durchhebeln, ja? Du musst Schwein sein Nur die Schweine kommen ganz nach oben, ja? Nee, doch SIG SIG Ja, scheiße, schwimmt oben Die Ehrlichen bleiben auf der Strecke Dass wir immer mehr Leute haben, die wegen psychischer Erkrankungen Mit 50 oder 45 nicht mehr arbeiten können Und in die Erwerbsunfähigkeitsrente kriegen Ja? Weil sie kaputt gemacht werden Ja? So schaut's aus Europa ist am Ende Was ist denn das für eine Kultur, du? Ha, 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 ha Ja, ver Sehr gut Lehner L Der Westen ist am Ende Die westliche Zivilisation wird zugrunde gehen an Degeneration, an vollständiger und kompletter Degeneration. Ja, du musst doch nur mal den Fernseher anmachen und dich dann durch die Programme schalten. Dann weißt du, unsere Zivilisation steht ganz kurz vom Exitus. Da brauchst du nur mal das Nachmittagsprogramm da angucken, ja, dieser ganze Schund, ja, dieser ganze grottenartige Schund, was die Leute gucken. Ja, dieser ganze Schund, ja, der ist eine Schund, ja, dieser ganze Schund. Vielen Dank.